Herzlich Willkommen bei der neuen Folge von Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Wir holen für euch alle zwei Wochen Persönlichkeiten aus der und rund um die Südtiroler Landwirtschaft vor unser Mikrofon. Wir danken euch für euer Feedback und eure Themenvorschläge und möchten auch noch einmal auf die Möglichkeit hinweisen, in unserem Podcast Werbung zu machen. Alle Infos dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Unser heutiger Gast, das haben alle schon gesehen, die den Titel der heutigen Folge gelesen haben, ist jemand, auf den viele schon lange gewartet haben. Jetzt aber genug von mir und Bühne frei. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Wer uns schon ein bisschen länger zuhört weiß, es kommt nicht ganz oft vor, dass wir jemanden zum zweiten Mal da haben. Bis jetzt ist er leider der Baumbunddirektor gewesen. Heute haben wir den Luis Walcher bei uns. Luis, grüß dich. Guten Morgen, grüß dich. Grüß dich. Du bist ja das letzte Mal, wenn wir uns da getroffen haben, hast du noch eine andere Rolle gehabt. Jetzt bist du Landesrat. Hast du dich an den Bezeichnungen schon gewähnt? Also Landesrat Luis Walcher. Und wie läuft es denn mit dem Einarbeiten, dem neuen Job? Ja, an die neue Bezeichnung muss ich sagen, habe ich mich noch nicht allem gewähnt. Jetzt ist einmal der Landesrat aufgerufen worden. Ich bin nicht einmal aufgestanden, verlauter, dass ich baff bin gewesen. Weil ich freilich, wenn man 18 Jahre im Rathaus ist und die letzten fünf Jahre als Vizebürgermeister, schon noch an die selben Gegebenheiten sich sehr oft erinnert. Aber ich muss sagen, ich habe mich seit 1. Februar sehr gut eingearbeitet. Ich bin jetzt fast dabei, die gesamte Mannschaft beieinander zu haben. Hier haben einige Mitarbeiter in meinem Ressort bestätigt. Ein paar gute neue haben schon umgefangen oder fangen jetzt in den nächsten Tagen an. Als Leute, die eigentlich in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus ein Wissen haben und vor allem eine große Lust haben, mit mir eigentlich Probleme umzugehen und zu lösen. Wie ist denn das mit der Zusammensetzung von den Ressorts gewesen? Ich weiß, mir ist es so gegangen. Zuerst habe ich gehört, der Luis Walcher ist jetzt Landesrat. Da habe ich mich gefreut. Und danach habe ich mir gedacht, jetzt kriege ich den Tourismus auch wieder dazu. Für mich war es ein bisschen überraschend. Wie war es denn für dich? Also ursprünglich hätte ich gesagt, Landesrat werden für Landwirtschaft und Forstwirtschaft, was ja eigentlich die volle Bandbreite ist, was unseren ländlichen Bereich ausmacht. Und dann ist die Option aufgekommen mit dem Tourismus. Ich muss sagen, der Tourismus ist für mich eigentlich eine ganz große Chance für die Landwirtschaft, eine gewisse Entwicklung zu nehmen. Und der Tourismus umgekehrt wird auch müssen schauen mit der Landwirtschaft, einiges zu machen, damit der Tourismus auch wieder bei der reinheimischen Bevölkerung an Wertschätzung zurückwinkt, was ihm eigentlich zuständig hat, aber was er halt nicht mehr allm hat. Und deswegen sage ich, die zwei Bereiche haben eigentlich mehr gemeinsam, wie sie möchten, Landwirtschaft und Tourismus. Und wenn sie ein bisschen instand waren jetzt, Projekte miteinander zu machen, indem man landwirtschaftliche Produkte mehr reinersetzt. Und auf der anderen Seite wären wir schauen gewesen, dass die Bergbauern in Sohn weiterhin die Almen pflegen und unterhalten. Und sind wir am rasch Augen gewesen mit Ausgleichszahlungen, wie das alles in Zukunft gehen kann, ob die ja auch gekriegt werden können, aufgestockt werden. Und dann glaube ich, hätten die zwei Bereiche eine Symbiose, die sie brauchen, um eine Zukunft bestehen zu können. Jetzt bist du ja nicht der erste Landesrat, der das probiert, die zwei zusammenzukriegen. Deine zwei Vorgänger haben ja Landwirtschaft und Tourismus gehabt. Und es gibt ja durchaus auch ein paar Konfliktfelder zwischen den zwei Bereichen. Ja, die zwei Bereiche waren schon Konfliktfelder oben. Das ist mir schon auch bewusst. Es haben sich leider die Zeiten, so wie die letzten Jahre, radikal geändert. Weil ich sage, wenn wir heute die Tourismuszahlen vom Vorjahr präsentiert kriegen und wir haben einen Zuwachs an Touristen, dann wäre das für jede Gegend nördlich und Südtirol für Südtirol ein großer Erfolg. Und bin ich eigentlich ziemlich fast eine Alarmstimmung bei ganz vielen Leuten, weil man im Tourismus einfach, und das ist einfach zu Unrecht, muss ich sagen, die Schuld für viele sind die Schuhe zu schieben. Wenn ein paar Trampel, drei Autos vor dir hast, dann sind die Autos im Tourismus geschuldet. Nicht denken, dass mehr als zwei Drittel vom Verkehr in Südtirol wir Einheimischen machen. Und deswegen sage ich, im Tourismus werden wir wieder klar und deutlich eine Leute erklären müssen. Das ist eines von den Zahnradeln, das wir in Südtirol brauchen, damit Südtirol im ländlichen Raum auch weiterhin funktioniert, dass Leute sind wohnen und arbeiten, wenn der Tourismus funktioniert, an der Handwerker vor Ort an Ordnung sollte oder Bauern eben leben können, haben viele Leute vor Ort an Arbeit in diesem Dorf, wo der gewissen Betrieb ist. Und so sind wir ein Stand gewesen bis jetzt, dass wir in den Dörfern noch Leute haben. Wir brauchen Leute schauen, in Frankreich haben wir, wo wir die großen Skigebiete haben, da haben wir ein riesiges Skigebiet, und davor und danach sind die Dörfer ausgestorben. Und Südtirol hat eigentlich schon geschaut, dass man eigentlich zusammen, wo die Leute wohnen, eine Arbeit hat, und zusammen ist der Tourismus einer der großen Arbeitgeber. Weil die ganzen Handwerker in Südtirol, die so eine tolle Arbeit machen, wenn der Tourismus nicht so stark wäre, die hätten wahrscheinlich die halbe Arbeit allein, wie sie heute haben. Da gibt es ja auch die zwei Verbände, die die zwei der Bereiche vertreten. Wir sitzen ja da im Sitz von einem von den zwei, ich bin Umgestellter von einem von den zwei. Da gibt es Stichworte wie Bettenstopp, Ausnahmen für Urlaub auf dem Bauernhof, grüner Euro, das sind die Konfliktfelder, die es in den letzten Jahren zwischen den zwei Verbänden gegeben hat. Müssen die zwei ein bisschen mehr zusammenschauen? Die zwei Verbände waren sowieso ein bisschen mehr zusammenschauen, weil beide haben in der allgemeinen Wahrnehmung draußen bei den Leuten ein paar Kratzerhogen gekriegt. Ich sage ja, die letzten Tage haben wir die Diskussion gehabt, Bauern zahlen keine Steuern, wobei es eigentlich nicht stimmt. Bauern zahlen sehr wohl Mehrwertsteuer, Bauern zahlen sehr wohl, wenn es Urlaub auf dem Bauernhof, Einkommenssteuer und die halbe Mehrwertsteuer. Bauern zahlen sehr wohl beim Kauf von sämtlichen Produkten für die landwirtschaftliche Tätigkeit und Mehrwertsteuer, die man ja am Ende nicht verrechnen kann. Das ist ja der Unterschied zum Betrieb. Wir haben ja als Bauernstand alle Ziffern bei der Hand, aber Bauern heute im Pauschalsystem hat ja das. Oder eine normale Besteuerung bei jeder Bürger. Wo nichts hinzukommt, wird auch nichts zu zahlen sein. Das ist ganz einfach. Die Hotellerie auf der einen Seite muss sich wahrscheinlich mit den Leuten einfach wieder besser stellen, indem man Begriffe für regionale Kreisläufe, nicht Leute als Gebilde hinstellt, sondern auch sagt, was tun wir für den regionalen Kreisläufe. Und über die letzte Woche ein paar Pressekonferenzen, zum Beispiel von den Belvita-Hotels, wo 30 Betriebe hergehen und sagen so, und wir fangen jetzt an mit ein paar lokaler Südtiroler Produkte, Regiakorn, und aus dem machen sie Brot, und aus dem Müsli-Riegel und den guten Saft machen sie, vermarkten dann auch über pur Südtirol. Und wir müssen umfangen, dass in der Südtiroler Gastronomie Südtiroler Produkte sein, wenn jemand nach Südtirol kommt, soll er Südtirol erleben können. Jetzt ist es so gewesen, also, wir haben uns schon mal getroffen da, und danach hat der Bauernbundkandidat Louis Wolcher ein Wohlprogramm unterschrieben, das natürlich jetzt die bauernlichen Organisationen gerne mit dem Landesrat Louis Wolcher umsetzen taten, und die taten jetzt gerne einfach ein paar Punkte vor, von den Punkten auszugreifen, als würde es doch nicht ausgehen. Also im Huchmachal am Vormittag da. Fangen wir mal mit dem Thema an, wo es in den Leibsunders und in den Nägeln brennt, und es heilt die erste Zeit heint. Thema Großraubwild, Thema Wolf vor allem. Da hängt ja ganz viel davon an, wo es jetzt in Brüssel oder in Rom entschieden wird. Was hat denn da die Landespolitik für einen Spielraum und für eine Entscheidungsmöglichkeit? Ja, vor allem hoffen wir jetzt, dass noch vor der EU-Wahl in der Berner Konvention den Schutzstatus besonders schützenswert auf schützenswert leidtut, weil wir sehen momentan die EU-Staten dann die Möglichkeit anzahlen, den Status einzutreten und zähle ich notwendig am Ende, damit wir den Wolf und den Bär, wenn man nachweisen kann, dass der in einer überwiegenden Anzahl vorhanden ist, dass da von einem Aussterben nicht mehr die Rede ist. Im Gegenteil, wir werden erleben, dass wir die Wölfe mittlerweile in den Dörfern auf dem Kirchplatz stehen haben, um zehn Uhr vormittag, und die Leute wissen, sich nicht mehr zu helfen. Wie auch das jetzt einmal passiert, in Ulten drinnen. Deswegen, einmal ist es, dass die europäische Ebene da handeln muss, und dann auch die römische Ebene. Zusammen ist es ja schon ein Gespräch erfolgt, auch mit den neuen Bauernpontomen, mit dem Minister. Und mittlerweile, glaube ich, schon bei allen, die Erkenntnis da vor allem, wieso eben seit dem Trenddiener da, der junge Mensch da von Pär, getötet worden ist, im bewohnten Raum, wo wir sind, und vor allem in der Natur, da bin es tausende Leute geniessen, war das in Kombination mit Wolf und Pär, ganz, ganz schwierig werden. Und deswegen, wir werden jetzt höher in Absprache mit Pär und Pond, in Absprache mit Raum, zum Teil auf ein paar Almen, wo wir Herdenschutz machen, wo wir durchexerzieren, wo wir entsprechend dokumentieren, damit wir aber im zweiten Moment auch vor einem Gericht, wenn wir einen Abschluss geben, Recht kriegen. Weil am Ende entscheidet in Italien ein Richter, und der Richter der Selle entscheidet, nachdem sie alle Tierfreundler sind, er für die Tiere, weil wenn du weit weg bist, dann ist der Wolf und der Pär ja eigentlich nicht einmal so flunsympathische Viecher. Und deswegen sage ich, wir müssen einmal schauen, dass wir von den Dokumenten in Ordnung sind, damit wir, wenn wir eine Abschlussverfügung kriegen, damit ins Ende kann jedes Mal ungefochten werden, und freilich, wenn wir eine Abschlussverfügung kriegen, dann muss man schauen, dass man sich als Landesverwaltung schnell umdersetzt. Kommen wir zu einem Thema, da hast du ja schon angesprochen, kurz, es gibt eine Wertschätzung von bäuerlichen Produkten, von heimischen, bäuerlichen Produkten. Wir haben jetzt gesetzt zur Herkunftskennzeichnung seit einem guten Jahr, aber es ist allemal so, da sind viele öffentliche Ausschreibungen durch Produkte von auswärts in Vorrang erhalten. Ich weiß nicht, du bist jetzt ja gesundheitlich im Krankenhaus gewesen, hast du das eben viele soziale Produkte gesehen? Ja, ich bin fast wieder erschrocken, nebenbei sage ich, eins ist erschrocken, dass ich mal eine Lungenentzündung aufklaube und ins Spital lande, aber zum Zweiten bin ich erschrocken, wenn ich das Frühstück gesehen habe, wo von Joghurt über Butter und ich bin nicht einmal sicher, über Semmel, nichts von Südtirol war. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ich denke mir, wir haben ja eigentlich über 90% Patienten aus Südtirol in die Krankenhäuser, wir haben weniger wie 10% von auswärts, aber auch für die Semba, wenn du im Krankenhaus Frühstücken tust, und du siehst ein Südtiroler Joghurt, du siehst ein Südtiroler Butter, du siehst ein Brot, wo du sagst, nein, das kommt sicher von Südtirol, das ist schon, wenn man es zusammendrückt, ist das ganz anders gewesen. Da werden wir bei den öffentlichen Ausschreibungen auch ein bisschen anders arbeiten, weil ich kann einfach nicht glauben, dass am Ende ein großer Preisunterschied ist, weil ich sage, das wäre sogar politisch gewollt, von der Landwirtschaft, dass man in solchen Bereichen immer liefert, das wird nicht das kreise Geschäft sein, aber ich glaube, in Südtirol, weil wir Südtiroler Produkte in Schulen und öffentlichen Gebäuden, sprich auch Krankenhaus und Bieten müssen, weil ich glaube, das ist am Ende das auch, was jeder Mensch erwartet. Wenn kein Südtiroler Produkt ist, dann tut man regelrecht und festlich erschrecken. Der Schocken sei auch viele, wenn sie jetzt gehört haben, dass jetzt, wenn sie jetzt bei irgendwelchen öffentlichen Ausschreibungen mitnehmen, sich in das Online-Vergabeportal indrogen müssen, bis jetzt, wo sie ja nicht verpflichtend, jetzt seit Jahresumfang ist es halt so, Mirken Vier, das ist schon ein bisschen ein Beispiel dafür, wie man jetzt Bürokratie nicht unbedingt abbaut, sondern einfach ins Internet verlogert und irgendwie sogar noch schlimmer macht. Ja, die digitale Welt wird leider nicht einfacher. Die Leute, man alle daheim, kannst du mit zwei Mausklicken machen und das geht gut, wenn man drei Dienstleistungen online verbauen und anrufen kann. Das Blatt, was man davor geholt hat, kann man nicht gleich mehr daheim anladen und ausdrucken und das geht gut. Aber alle anderen Sachen sind einfach nachher kompliziert worden, auch aufgrund von den Vergabekriterien, die in Rom seien. Und ich hoffe wirklich auch jetzt bei der ganzen Diskussion zur Autonomie, zur Herstellung der Kompetenzen von 2001, dass wir in dem Bereich eine Erleichterung kriegen, indem wir einfach auf unsere kleinstrukturierten Situation in Südtirol keinen Bezug nehmen. Weil ich sage, uns betrifft das vor allem als Landesverwaltung massiv bei der Forst, wo wir einfach mit eigenem Regie viele Arbeiten machen können, wo wir vor allem kennen Leute vor Ort, die in Tal wohnen, über Monate die Unstilten für solche Projekte und das sind hunderte Mitarbeiter, was man sieht hier oben. Und wenn das Leute vor Ort die Kenntnisse erhoben, gerade wenn wir in Waltenbestehen, das sind ja mehrst gefährliche Arbeiten. Und da merkt man im Moment, dass wir einfach keinen Schritt weiter kommen und deswegen hoffe ich jetzt, dass da bei den ganzen erleichterten Neuerungen und von der Autonomie, dass wir wieder zurückkommen, wo wir mal gewesen sind, auch solche Sachen wieder möglich sind. Bleiben wir beim Thema Bürokratie. Ich kann mich erinnern, wenn wir uns das erste Mal unterhalten haben da, wo du Kandidat warst, dann hast du erzählt, wie du in Bozenend in Rothaus umgefangen hast, hast du zu deiner Amtsdirektorin gesagt, sie müssen bei der nächsten Sitzung drei Beispiele bringen, wie sie einen Zettel nicht für Zettel, die sie nicht mehr brauchen. Hast du das jetzt in der Landesverwaltung auch schon gemacht? In der Landesverwaltung habe ich mich jetzt mehrmals mit allen getroffen, mit den Direktoren treffen wir ja im Wochenrhythmus mit allen miteinander und mit jeden Einzelnen sowieso noch einmal und da sind wir jetzt im Moment, deswegen haben wir das jetzt mal auf Zeit geschoben, im Moment, weil wir alle, weil ich jetzt zwischen Forst und der Abteilung Landwirtschaft die große Herausforderung habe, so schnell wie möglich die Beiträge auszuzahlen, da haben wir massive EDV-Probleme, auch intern hier in Südtirol, aber vor allem mit der EDV in Rommunden sind auch so Abgleiche zu machen und bevor wir die Tausenden ansuchen, nicht endlich auszuzahlen auf den Geld, was die Leute wirklich hart arbeiten zwischen erster und zweiter Säule und ich sage, wird alles andere zugestellt. Danach wollen wir auch deswegen müssen einen Bürokratieabbau andenken, weil wir mittlerweile ja nicht mehr in jedem Büro ein Mensch sitzen und wir finden ja in der Öffnungsverwaltung keinen Mensch mehr und deswegen möchte ich auch in ein paar Bereichen wieder mit eigenen Erklärungen, mit eigenen Verantwortung als auch arbeiten lassen. Das Thema Bürokratie ist ja auch vor ein paar Wochen gegangen, es hat mir jetzt auf dem Landhausplatz einen großen Protest gegeben, es ist unter anderem um die Bürokratie gegangen, aber auch um das Problem, dass die Einkommen für die Familien, für die bäuerlichen Familien oft nicht mehr ausreichen, also dass die Kosten zu hoch sind, dass das, was in der Kemp am besten Fall stabil bleibt. Was kann denn die Landespolitik in dem Bereich tun? Ja, die Landespolitik kann, sage ich einmal, bei den Preisen für die Produkte leider nicht viel dienen, zum Glauben sind vor allem die Verbände und die Vermarktungsorganisationen gefragt. Ich bin froh, dass im Bereich Milchwirtschaft im Moment eine Preisentwicklung ist, die die Bauern einfach auch gut tut. Man ist im Stand in den letzten Jahren die Preise auch hinzuheben und die Milchpreise so von den 4,45 Cent von, was es pro Jahr war, auf 60 Cent zu heben und dieses Jahr wird es eigentlich noch einmal mehr werden. Nicht leid, dass die Leute mehr Geld kriegen, sondern dass sie auch endlich einmal wieder eine Wertschätzung sehen, dass ihre Produkte eigentlich noch Sinn haben, produziert zu werden. Und ich glaube, wenn wir nicht in den Leuten in Zukunft Geld geben, dass sie von Produkten leben können, aber das ist ein ganz gleicher Bereich, Habsbau, wo es im Moment nicht unbedingt gleich geht, Weinbau geht gut alleweil. In allen Bereichen, wo ein Mensch arbeitet, muss er eigentlich eine Chance sehen, dass es in Zukunft weitergeht oder dass es in Zukunft besser geht. Wenn er selber nicht sieht, dann wird der Junge gar nicht übernehmen und wird auch der übergebene Bauer verstehen, dass er ein paar Kinder was hat, keiner Lust hat zu übernehmen, wenn er selber sieht, dass er eigentlich nicht mehr eigentlich, dass sein Arbeiten genug ist, aber sein Leben zu wenig und selber hat nicht gehen. Aber es wird auch weiterhin Fördergelder brauchen von der öffentliche Hand. Es braucht in Zukunft wahrscheinlich noch mehr Fördergelder behind, einmal für die Hoff übernommen, dass ein Jungbauer überkommt, zu übernehmen, weil ein Jungbauer normalerweise bei einem Betrieb eine Situation überliebt, wo die Maschinen eher eine Nummer älter sind, er braucht Geld zu investieren, er braucht auch Geld um drei Sachen ein bisschen anders zu machen mit der Tata und deswegen glaube ich, braucht es einmal Gelder für Jungbauer zu starten und für den ländlichen Raum am Anfang gemerkt, was ein Riesenthema ist im Moment, die Instandhaltung von ländlichem Wegennetz, wir haben in Südtirol knapp 4000 Kilometer ländliches Wegennetz, ungefähr 50 Jahre alt, wo man früher auf die Wiesen hat, im Prinzip ein paar Fuhren eingeschordert und das ist auf einmal eine Straße geworden, ohne Bankette, ohne nichts und Heinfahrt, aber der schwere Milcher jeden Tag auch und da, beziehungsweise die Baufirma, wenn man etwas tut, gerade in dem Bereich, und ich sage, das sind nicht Gelder, die der Bauer direkt sind, aber indirekt, wollen wir gerade beim ländlichen Wegennetz auch Geld organisieren müssen, damit die Leute noch zu ihm den Hilfen und Landwirtschaft und Grundstücken kommen, dieses Jahr, seit Jahrhundert der Arbeit. Du bist ja nicht frei für Landwirtschaft und Tourismus zuständig, du hast ja schon gesagt, es ist ja das Thema Forstwirtschaft dabei, zusammen gibt es vor allem drei Stichworte in, wo es auch noch etwas zu tun gibt, das erste Stichwort ist Bockenkäfer, das zweite ist der Holzpreis und das dritte ist die Nutzung von heimischer Biomasse. Was fällt dir zu den Themen in? Ja, ich sage eigentlich halb meine Landwirtschaft, Landesrat nennt Werner, sage ich eigentlich, ich bin Landesrat für Landwirtschaft und Forstwirtschaft, das sage ich bewusst auch allem im bayerischen Bereich wieder, weil ich gebe, dass der Wald und die Forstwirtschaft in die ganz viele Leute eigentlich noch nicht verstanden werden. Wir haben ja in Südtirol 52, 15% von der gesamten Fläche vom Land, die eigentlich mit Wald bedeckt ist und wir haben ja um die 23.000 Waldbesitzer normalerweise auch Kleinwaldbesitzer das sind relativ klein parzellierte einige und da redet man schon vor einem Drittel wissen nicht mal unbedingt wo der Waldunfang und Dauhert ist auch ein großes Thema und dann also ich sage als erstes möchte ich dir mal in der Südtirol erklären wieder was der Wald für einen Vorteil hat und dass der Wald einfach eine Notwendigkeit hat dass wir dann schützen und dass man da auch gerade wegen den ganzen Klimaänderungen und so wird der Wald eine ganz neue Funktion mit dem Windwurf weihen mit ein zwei Winter mit viel Schneedruck schon immer mäßig Holz da war mehr Holz in Südtirol werden wir in Stand sein zu hacken und mehr werden wir in Stand sein zu vermarkten und zu verarbeiten solange man wirkt und dann kommt der Backenkäfer jetzt beim Backenkäfer sind wir schon die letzten Jahre im Vorgehen auch noch Geld zur Verfügung zu stellen was in Trentino eigentlich nicht ist weil wir geben im Bereich Backenkäfer für fytosanitäre Maßnahmen um die 20 Millionen Euro aus und das sind extra Gelder für den Wald der vor in einer Gäse und 20 Millionen aber klar ist schon dass wenn einer in einem Wald muss hacken der Markt ist übersättigt danach sage ich der lokale Markt hat ja eigentlich wenige Abnehmer danach gibt es in Österreich noch einen großen Abnehmer der fast Monopolstellung hat wir sind schon im Stand mit Zug der ein paar Mal verbaut in die Woche weg fährt ein bisschen weiter zu fahren noch aber unser Problem ist einfach dass im Moment 20-30% im Stand sind wegzuführen und in dem Moment auch den Preis zu realisieren und der Preis deckt die Kosten und das tut deswegen weh weil der Wald war ja für die Häfe in Südtirol seit Belastung und dass das im Laufe vor ein paar Jahren geht ist kaum zu glauben und das möchte wir schauen dass wir das mit aller Gewalt unter dran kommen soll also ist das als Landesverwaltung ja wir müssen eben schauen ich sage einmal haben wir 20 Millionen Beitrag für fytosanitäre Maßnahmen wir haben auch noch müssen die Zufahrtswege in die verschiedenen Wälder auch über Forstwege und so noch einmal verstärken wir haben als Forstverwaltung beim Auszeichnen bei der Holzschlägerung vielleicht müssen eine andere Flexibilität an den Tag legen auszeichnen tut eigentlich in Südtirol die Forst südlich und nördlich tut keiner auszeichnen du kannst pro Hektar so viel auserhacken und das musst du entscheiden ob den ein paar Mauser hackst oder einen anderen und ich sage je nach Forstinspektorat merke da wird das schon sehr locker oder sehr streng angehandhabt und da glaube ich wir müssen schauen ob man auf einen anderen Nenner kommt weil Waldbesitzer zu einem guten Teil möchten ja im Wald sauber halten und glauben auch an die Zukunft vom Wald und deswegen glaube ich wir als Forst und als Politiker mit den Waldbesitzern in den nächsten Jahren schauen wie wir in den Waldbesitzer eine Chance geben können dass der Wald wieder einen Wert kriegt und dass wir auch in einem oder anderen Fall mit dem Zivilschutz auch Verbauungen machen weil der Wald in Südtirol ist jetzt fast zur Hälfte zu 5-46% Schutzwald und deswegen sage ich da müssen wir auf ein paar Ecken denken aber ich sage wenn einer Südtirol er bald besitzt er soll er ein paar Euro verdienen können das Thema Grund und Bodenschützen ist ein Thema was im Bauernbund ein ganz großes Unliegen ist und da hat die Landespolitik ja bestimmten Einfluss darauf wenn es um die Ausweisung von Gewerbezonen geht oder um große Infrastruktur Projekte was hast du für einen Standpunkt bei dem Bereich Ja ich sage ohne Grund und Boden wer der Bauer nicht arbeiten können da können wir denken wie lange man will weil einer sagt ja der Wies verkauft und jetzt hat er Geld gekriegt und ja Geld schon aber von der Wies hast du arbeiten und jährlich Früchte irgendwo liefern und das Einkommen gehabt und das Geld kriegst du einmal und Geld normalerweise geht in die Leute zwischen die Hände durch verlebt man relativ schnell vor allem wenn man eine gewendliche Formel auf dem Konto ein bisschen mehr liegen zu haben deswegen Geld geht eigentlich schnell durch die Hände das Thema wird ein riesiges Thema werden vor allem wenn in der nächsten Generation niemand mehr den Hof weiter bearbeiten will das ist bei offenen Höfen sowieso schon ein Thema dass wir dann Grundverkäufe haben die in einer Anzahl im Moment sein wenn wir noch nie bekommen aber wir haben geschlossene Hilfe die allen wieder an Leute von auswärts verkauft werden zu überteuerten Preise aber weil Leute sich in Südtirol einen Sehnsuchtsort leisten kennen und der Familie eine neue Gelegenheit geben können einige Wochen das Jahr Urlaub zu machen und das kann nicht unser Ziel sein der Bauernbund Otto hat schon viel Vorarbeit geleistet und wir werden schauen und der Landeshauptmann ist auch informiert und ich bin auf der gleichen Länge ich glaube dass wir müssen schauen wäre ein geschlossener Hof Kraft muss den Hof selber weiter bearbeiten und das dokumentieren wie er will sagen dass er Bauernversichert ist weil wir müssen in Zukunft Leute haben die auf die Helf wohnen die auf die Helf arbeiten damit leben ist weil wenn wir die geschlossenen Häufler Leute von auswärts verkaufen die fünf Wochen in das Jahr kommen mit denen ist im Dorf nicht geholfen mit denen ist ein Leben nicht geholfen weil die Leute sind nicht da wenn Weg zu machen ist die Leute sind nicht da wenn sie vielleicht bei der Sehnschaft Mitglied sein wenn ein Handgriff zu tun war und deswegen die Leute wenn wir mehr sind die Hauverkäufe hier oben da bringen wir auch in ein Dorf und wir haben in Südtirol leider ein zwei Dörfer wo schon mehr sind verkauft worden sein da kommt eigentlich in ein Dorf ziemlich einiges durcheinander und selber wenn es jetzt darum geht eben um Grundverbrauch eben so wie gesagt für Infrastruktur für Projekte für Große dann geht im Baumpunkt ja halb darum dass wir jetzt in nächsten Wochen wieder als Bauern Stand auf der einen Seite und als Bürgermeister von Etzstoll auf der anderen Seite eingebunden werden weil auch die Bürgermeister vor Ort eigentlich Chef der Gemeinde sind möchten wissen was in ihrer Gemeinde passiert und wie weil es durch Verlegung von Bahnhof logisch auch einen ganzen Ablauf in Dorf komplett ändern kann und deswegen sage mit Grund und Boden wenn Land strukturiert den Boden braucht damit ein Hof überhaupt ein Hof ist wir müssen knapp umgehen wir hören ja überall man soll nicht versiegeln man soll tiefgründige Böden lassen das war nicht in unserer Land zu schaffen und da habe ich eine Chance einen Schulterschluss zu haben mit den Leuten die auf der Zeit radikale Ansichten haben was Verbauung angeht weil in dem Moment wenn wir bauen so wir möchten im Grunde weiter arbeiten und die sagen es soll nichts verbaut werden dann reden wir eigentlich von gleich und wenn man das wie ein bündeln kann und wenn man die Projekte auf ein normales Augenmonster reduziert dann wird die Landwirtschaft nichts dagegen haben weil einer drauf kommen in der Amtszeit ist Wohnraum für die Südtiroler zur Verfügung stellen in den verschiedenen Dörfern freilich wird eine Entwicklung brauchen weil ich sage wenn jemand in dem Dorf wohnt und wenn er arbeitet dann soll er in dem Dorf eine Chance haben eine Wohnung zu finden aber ich sage wir müssen schauen so wenig wie möglich weil Grund und Boden verbaut ist dann kriegen wir nie mehr zurück kommen noch zu einem Thema was wir auch im Bauernbund ist auch wichtig dass die Betriebe Entwicklungsmöglichkeiten haben das haben schon kurz angesprochen egal ob das neue Formen von Zuerwerb sein Stichwort Camping am Bauernhof Urlaub auf der Alm oder so Sachen oder eine neue Form von Energiegewinnung Agrifotovoltaik ein Beispiel jetzt gerade das als Thema was in den letzten Jahren eher so der Eindruck gewesen ist dass die Landespolitik bremst in den Bereichen ist in Zukunft da zu erwarten oder ich möchte mir Sachen genau anschauen und bumm bei Aufung Fangen hat dort man ja in die Leute ein fix und fertiges Produkt präsentiert mit einer Qualitätsanspruch vom ersten Tag wo man sagt wir den eigenen Betrieben mit den und den Merkmale mit den Sachen und wir möchten unter der Qualität nicht eingehen und ich glaube zum Beispiel unter AG Camping können sich die allermeisten nichts vorstellen da waren wir müssen zwischen der Weiterbildung und den Zuerwerb im Bauanbund und da mit den gesetzlichen Maßnahmen die wir haben im Bereich Landwirtschaft im Bereich Zuerwerb wir werden uns das bis zum Schluss durchdenken was haben wir Möglichkeiten wie schaut das aus damit wir am Ende sagen können ja gut AG Camping funktioniert so und so das sind bis zu sechs Camper oder das sind drei Camper wo geht der Mensch duschen wo geht der Mensch auf Klo weil das muss die Leid auch klären weil diese Sachen müssen auch von ab bis Zeit durchgedenkt werden wir werden es logisch nicht einmal machen können weil ich sage bei alle Hälfte komme nicht einmal zu das wird auch nicht jeder mögen aber ich glaube von einem anderen kann es freilich eine Möglichkeit sein wir haben in Südtirol heute 3200 Urlaub auf dem Bauernhof betrieben das ist kaum mehr als vor 10 Jahren wenn man denkt und ich sage wenn man knapp 20.000 Betriebe hat jeder 6.000 Urlaub auf dem Bauernhof ich sage andere Leitbahnen und andere Möglichkeiten das zuerwerbt vielleicht sehen Ferienwohnungen sind mit zu viel Arbeit verbunden AG Camping vielleicht nicht und der eine und andere in einer Logue wo die Voraussetzungen stimmen könnten kann da mit AG im Voltaik eine Gelegenheit haben wir schauen müssen in welchen Bereichen wir das genau zulassen weil ich kann mich erinnern von der Diskussion Wintergärten wo die Wintergärten eine große Wichtigkeit hätten aber weil man auch verstanden hat in Gerling die Leute am Umfang die Wintergärten auf der Notzeit vom Haus machen wo du sagst es kommt mir nicht die Sonne zu der Rottanker allein den Wohnraum wo ich das meiste Jahr nicht der Herzen tut und ich glaube ich kann es der Nähe wo man den Strom den man produziert verbrauchen kann deswegen sage ich einen Bereich neben unsere Grasen Obstgenossenschaften dass man im Obstbau wo wir die Haugelnetze schon haben etwas machen kann ich mir durchaus vorstellen aber das möchte ich mal mir genau zu schauen es wird eine neue Anlage gebaut bestehende ist es schon aber neue gemacht mit der heutigen Gegebenheit damit man das sieht weil ich möchte dass unter der Anlage nach wie vor landwirtschaftliche Produkte produziert werden weil ich sage Grund und Boden können wir nicht zulucken mit Platten wir müssen Grund und Boden bearbeiten wenn man den oberen Stand seine Energie zu gewinnen geht mir alles gut aber unsere Hauptaufgabe und Haupteinnahmequelle sollte sein mit beiden Händen arbeiten und Grund und Boden bearbeiten So jetzt sind wir schon zum Schluss gekommen welche Botschaft will der Landesrat Luis Wolcher in die Bayern und Bauern jetzt noch mitgeben für die nächsten vier halb Jahr Ja der Landesrat Luis Wolcher will eine ganz einfache Botschaft mitgeben und zwar dass der Landesrat auch einmal hinter Schreibtisch arbeiten weil wenn man am Schreibtisch und am Tisch mit anderen Leuten arbeitet kann man am Ende Entscheidungen treffen um Rahmen Bedingungen zu machen damit das quasi funktionieren kann Der Landesrat gibt aber die Botschaft weiter dass er sich Zeit nehmen zu den Leuten rauszugehen weil ich glaube ein großer Wunsch von den Leuten ist dass man einen Politiker sieht dass man mit einem Politiker reden kann auch ohne Berührungsängste weil viele gute Bekannte oft nicht mehr wissen wie es mit Unreden sollen jetzt und man merkt dann dass die Leute von A bis Z alles fragen und wenn man da ein bisschen zu 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 hochen versteht man effektiv wo der Schuh gedruckt weil oft einmal was man in Zeitungen lest wo die Leute vielleicht mehr schreien wie das Problem groß ist dann merkt man dass vielleicht nicht dass die Leute empfunden werden und dann gibt es Probleme die die Leute im stillen haben im kleinen Bereich gerade im ländlichen Bereich wo die Leute keine Meinnahmen haben und wo man vermerkt wenn da ein Schicksalsschlag ist dass eine Familie keine Chance hat weiter zu kommen ich glaube wenn man als Politiker in die Leute zuhört dann versteht man wo der Schuch rückt und dann muss man schauen ob der Schuch nicht mehr so viel rückt und da verspreche mir einen ganzen Einsatz in den Jahren Ich bedanke mich ganz fest bei dir für deine Zeit Danke dir Ich gehe mal davon aus dass wir uns nicht das letzte Mal da gesehen haben und freue mich schon aufs nächste Mal Danke dir Danke dir und den allen schönen Tag Das Gespräch mit unserem neuen Landesrat Louis Walcher ist in Kurzform auch die Titelgeschichte der neuen Ausgabe die morgen bei euch erscheint Außerdem lest ihr dort ab wann man sich für die jährliche E-Nail-Förderung anmelden kann wie ihr eure Tiere am besten auf die Alpung vorbereitet und wie Spargel in der Gourmet-Küche ankommt Außerdem haben wir ein kleines feines Spezial zum Thema Feld und Garten für euch Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim Lesen und hoffe dass wir uns wiederhören in zwei Wochen bei Zurglust dem Podcast des Südtiroler Landwirt bis zum Thema des Südtiroler Landwirt